Intelligente Mobilität, auf Wiener ist gescheit unterwegs, das ist das Ziel und es funktioniert. Die Wienerinnen und Wiener machen es auch so. Sie steigen um vom Auto hin zum öffentlichen Verkehrsmittel, auf das Rad oder sie gehen auch zu Fuß. Wir haben in Wien seit dem Jahr 2002 einen Rückgang im Autobesitz pro Kopf gerechnet. Wir haben in Wien einen Rückgang der Fahrleistung. Es werden weniger Kilometer mit den Autos in Wien gefahren.